Servus, liebe Freunde der Sonne! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von... ...Schlacht und Mitteländer 2. Ringkrieg. Äh, das ist mir dabei stehen geblieben. Wir haben ihn doch ordentlich eingenommen. Wir haben jetzt erst vier Teile... ...ja, wir haben schon mal Ringkriege gemacht, aber ich glaube, mit vier Teilen... ...sind wir gut dabei. Von der Länge her. Und das letzte Mal haben wir sieben Teile gebraucht. Ein ganzes... Spielchen. Jo. Aber es ist jetzt Runde 14. Ja, das ist doch wurscht! Unsere Zeit ist gekommen! Wir haben viel zu tun! Ihr seht nicht gefauletzt! Auge, beobachtet uns! Wir haben viel zu tun! Vorrücken! Ich hab schon zuerst gedacht, oh, das sind aber viele Truppen, die ich da hab! Achso, das ist ja nur... Gött. Ich hab ja 91 Ringpunkte. Wie viel hast denn du? 20! Alter, was... Wieso hast du so viele? Weil ich wahrscheinlich Isengarten so halte. Ja und? Isengard, Helmsklamm, gibt alles 10 Ringpunkte extra. Hoch mit euch, ihr faulen Säcke! Ihr nehmt euch noch ein Gebäude fertig gesteckt! Der Sieg ist... Da ist er! Eine neue Macht erhebt sich jetzt! Die nehm ich ein! Hat der denn schon so einen Sporn oder warum ist der jetzt Gras? Äh, gute Frage! Ne, ja, ja, ja! Doch ein Härtenheld, wo er mich schwören kann! Ah, ja, das geht! Weißt du, was ich cooles hab? Wut, äh... Ich hab die da oben bekehrt mit Saruman. Ja toll, jetzt hab ich sie grad verschwächt, du Arsch! Das ist so geil, wenn das doch zählen würde! Du Wichser! So, als kann ich gleich den Baumeister kaputt machen? Jawoll! Also! Hallo! Meine Fresse! Kuckuck! Ja, hab ihn erwischt! Unsere Zeit ist gekommen! Hier entlang! Hierher! Hä? Jetzt können sie mir! Das muss ein Bug sein! Schau mal! Keine Zeit, ja! Der Sieg ist nah! Das ist mal ein lustiger Bug, find ich! Ja! So gut, wenn's beim Gegner aufkommt, hat er die ganzen Helden konvertiert! Ja, das nicht! Helden kannst du ja nicht! Andererseits! Das wär aber saulustig, da kannst du keine Helden mehr herstellen! Du Wichser! Ja, das hab ich doch mal gemacht, irgendwo wo wir Ramex in Andorin gespielt haben oder so! Kannst du dich erinnern? Nee! Wo ich dachte an den Helden mit Schlangenzungen konvertiert hab und dann auf einmal war's meiner! Das war aber ne Heldenherstellung, oder? Ja! Dann konnte ich einen doppelten Helden machen, also einen doppelt eigenen Helden! Ah ja, jetzt weiß ich wie du was meinst, ja! Du wagst es! Na nun? Geht so leicht? Ja, versteh ich nicht. Waren's zwei oder eine Gruppe? Also zwei oder ein... Erhebt sich! Haltet die Marke wieder rein! Haltet die Marke gegen der Marke, Uwe! Jo! So endlich! Oh, da ist ne Festung, glaube ich! Ach so! Hä? Nee! Und da hat er nur ne Festung. Was ist das da oben, ne? Was ist so ein Mensch, ich denke? Hä? Doch, da ist ne Festung! Was? Fett! Fett! Fühle meine Macht! Hehe! Hehe! Mit Feuerball kaputt gemacht, heiss! 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 Was hab ich da auf... Etwa welche? Ohne Flamme? Nee, das sind einiges... Nee, ich hab auch nicht immer alles! Noch ein Gebäude, die hat nicht getätet! Da können wir nichts mehr an den Baulenz! Ja! Na toll! Ich kann nicht! Wäre natürlich geil, wenn er schon vernichtet wäre, bevor er seine Verstärkung kriegen würde! Also wenn er... Ja, aber irgendwas muss nur wahr sein! Du wirst diesen Ort nicht verlassen! Ja... Ich hätt... Ich würd' ja gern aufsteigen mit Saruman, aber das ist mir nicht gegönnt. Schlanzzinger... Ahja... Ich frag mich, ob ich die Waldläufe behalten darf. Also... Hehehe... Verspättern! Ne, jetzt wird's interessant, ja. Deswegen schon. Eigentlich würd' ich noch gern... Eigentlich würd' ich gern noch weit... Eigentlich würd' ich gern noch weiterspielen. Oh, sind doch zwei. So... Weißt du aber warum? Oh, ich glaub' das noch was cool ist, ja. Hehehe... Ich hab' gewohnt' gar nichts mehr. Oh, aaaaaaah! Aaaaaaah! Hehehe... Hätt' ich denn was hin, du Arsch! Nein, ich kann ja nicht! Ich bin voll! Ich hab' da nur'n Troll-Ding. Ja, ich hab' da... Und dann greift natürlich mich an, der Wichser! Bin gleich da aus und kommt gleich ne Gruppe Markreiter. Ja, ja. Hast du... Oh, nice! Ja... Äh... Warte... So... Das glaub' ich finde... Boah, richtig krass fett versteckt. Verstärkt, mein' ich. Versteht... 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 Voll krass verschärft. Je nur in Wahrheit, alter Seldar! Nice! Oida, Saurons Mutter hat Glorfindel voll weggemacht. Aber volle Kanne. Schau, so viel Leben hab' ich noch. Das war Duell und die haben auch noch auf mich geballert. Isengard wird siegen. Reiter Isengard! Wir haben viel zu tun! Zeig mir, dass du einer bist! Doch nicht! Niemand kann uns trotzen! Sie greifen die Schäge weg! Je näher... ... der Held an der Auf... ... ähm... ... Steigungsstufe ist... ... um so schneller geht's! Mach dich nützlich! Keine Ahnung! Nichts wird uns aufreißen! Hier entlang! Die neue Gemeinde! Ihr müsst mir vertrauen! Guck mal! Ganz zufällig, wo der Gegner jetzt ist! Ach toll, jetzt kommt grad meine Armee da oben raus! Da ist ja die tolle Verstärkung! Die hättest du aber vollgebracht, du! Ja. Ja doch, wenn wir zu dem Zeitpunkt nicht da gewesen wären... Ja, ja. Dann so, so... Huch! Das ist ja praktisch! Ja. Ja, das wär schon geil gewesen. Da hätt ich übrigens mit Schlangezungen auch aufsteigen können. Ja, ja. Ja. Was, ich muss noch eine Schlacht schlagen? Ja, also das gewinnt er ja wohl. Also ich nicht, wa? Ja, easy. Hm. War ja klar, dass er... Ja, das war klar, dass er ist gut. Phase beenden. So. Der ist auch weg. Das war's auch. Wir müssen uns irgendwie aufteilen. Hm. Aber doppelt. Haben wir genug. Mehr als genug. So, da hab ich ne Festung. Na boi. Festung... Geh mal nach links... Warte, oben geht Arragon, oder? Festung. Warte mal, warte mal. Ja, da rechts sowieso. Ja, wir können ja eh nur da hin. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt geh ich mit einem Teil... Also musst du irgendwie mit einem... Zu einem Elb. Ja, ich geh auch nach Elb. Nee, geh du lieber nach unten. In das andere. Ja, na. Ich mach's so. Und mit Charco geh ich nach oben. Du musst mit einem deiner Helden nach oben gehen. Nach rechts oben. Damit du Arragon abfangen kannst. Verstehst du? Wenn der da hingeht. So machen wir's. Ja, würde er wahrscheinlich gehen. So ist das gut, wahr? Das Problem ist, mit Lurz komm ich nicht weit. Scheiße. Ja, das ist so'n Scheiß da, gell? Dass er dann einfach zwei wandern muss. Dann wieder so Riesenfelder, wo du über ewig lang weit kommst. Hm. Ach, du gehst auch nicht gegen den Elb? Hm. Die passt doch. Du gehst gegen jeden Elb. Das ist ja weg. Oder wir machen's andersrum. Du musst aber mit Govmog irgendwas schützen. Du musst Govmog... oder mit irgendwelchen Truppen... Das Land schützen. Welches Land? Wo wir draufstehen, wo wir alles weggehen. Ich, dass der mit Boom ja nach unten geht. Ach so meinst du. Ja, dann schütt ich den halt nach oben, ne? Ja. Ist ja kein Problem. Und dann kann ich ja das auch noch nach oben schütten. Du musst aufpassen, hier unten. Das ist nämlich verknüpftes Land. Das ist er ja... Nicht, dass er hier nach unten geht und dann da reingreift. Ah, du, ich hab da ne Festung. Das passt schon. Warte, ich geh mit Lutz hier hin. Dann kann ich ihn nicht so ohne da abschützen. Alter, 10.000 Rohstoffe! 25.000 hab ich am Anfang gehabt. Mehr geht nicht. So viel. Mehr geht nicht. So viel! Sehr, sehr, sehr viel. 1, 2, 3 viele. Ach so. Wir haben eigentlich alles, ne? Warte, mach ich da nochmal so... Knibbeldrehen. So. Äh, jetzt... äh, scheiße. Ja gut, fertig. Reisen. Das hab ich auch... ja, das mal knapp. Na toll, jetzt haben wir da oben drei Truppen drin. Und erst woanders hin. Ach nein, das dürften wir ja schaffen. Mach mal automatisch. Ich zeig! Oh, ich hab überlebt! Ich hätte es nicht gedacht, weil ich hab nur einen Held. Diese nehm ich. So. Ich habe fertig. Das dürfte ich auch gewinnen. Ja, das ist easy. Genau das dachte ich mir, was er jetzt macht mit Theodine. Unten hingehen. Wo? Hm? Ach da, ja, ja. Ja. Scheiß drauf, hab über den Bethesda. Hallo! Nicht hier! Danke! Endlich! Wenn dein Klick-Klickbrunne beendet. Nein! Scheiße! Ich find's aber schade, dass wir so wenig Eichzeitkämpfe hatten bisher. Ich hätte mich gerne weiter aufgelevelt. Dann lauf mit... schau, mit dem laufen wir jetzt nach rechts um. Äh, mit... Deinem Sauens Fresse... ...nach rechts, würd ich sagen. Ne? Mit Govmok... ...nach oben, oder? Govmok... Äh... Ja, genau. Klar. Und meinen Truppen lass ich da. So, mit... Genau, genau. Nehmen wir beim Aragorn, rennen wir rein, oder? Mit Sauens Fresse eins nach rechts, würd ich sagen. Nicht eher da hin. Doch. Äh... Ja, das... Ja. Gut. So, dann schick ich den dann mal zum Aragorn. Aragorn, ja. Soll ich ihm damit den Weg abschneiden? So... Hm? Was meinste? Mit einer von deinen beiden Truppen? Das ist ne gute Idee, ja. Genau, ja. Das müsste ich eigentlich schaffen. Oder soll ich vielleicht mit Chaco auch da hinlaufen, weil der wahrscheinlich abhauen wird? Ja, andererseits glaub ich, in der Festung haut er nicht ab. Ja... Ja... Keine Ahnung. Womit hab ich denn die Stärke? Ne, machma's so, machma's! Ja, wobei, das würde er wahrscheinlich verlieren. Schwierige... Sache ist das. Ist das kompliziert? Ach, wir werden ziehen. Ja... Ich bin fertig. Scheiße, hätte ich was bauen können. Egal. Scheiße! Ja, das war klar, dass er da abhaut. Wieso eigentlich? In der Festung wäre er viel stärker gewesen. Ja, wo? Automatisch. Ja... Aber sowas von. Letztes Mal schauen, ob ich das da unten schaff. Jaaa... Hm... Schwierig, oder? Ne, gegen den Aragorn. Mein ich ja. Ob ich das schaff. Ist das... Jaaa... Da oben muss ich noch... Oh, ja, das gewinnen wir automatisch. Links oben. Ganz links oben. Muss ich das aber asen. Ja, dann bist du ja mit Goffmack dabei. Easy, würde ich sagen. Ganz easy. Mit Gutimutti. Sonst hast du noch eine Schlacht, glaube ich. Jaja, die da rechts beim Aragorn. Schau mal. Warte, nein... Oh, ne, das gewinne ich niemals. Schau mal. Das gewinne ich niemals. Das gewinne ich niemals. Dann zieh dich zurück. Den müssen wir zu zweit bekämpfen. Zurück. Zurück. Ich weiß. Hättest du dich nicht auswählen können, wenn du zurückziehen kannst? Nein. Gemeint. Dann hättest du mich nicht zu mir zurückziehen können. Das hab ich auch gedacht. Jetzt zieh ich mich nach da unten. Zurück. Ach doch nicht. Scheiße. Arsch. So, warte mal. Dann schick ich die da jetzt mal. Ist da auch safe. Ja, nehmen wir ihn ein, oder? Geh mit Schla... Ne, mit Saurons Presse würde ich nach oben gehen, dass du mich da... Ne, stimmt schon. Geh mit... Deinem Hexenkönig da unten hin. Und den schicken wir dem entgegen. Ja, so ist das. Zufällig. Bloß... Da hab ich Sorgen, dass der da... irgendwo reinlatscht, aber... Kannst du da... Warte mal kurz. Schau, schickst du diese Truppen da rechts? Obwohl... Ne, hier kann er ja gar nicht rein. Egal. Egal, er kann hier nicht rein. Wurscht. Ja, trotzdem. Für diese eher bessere... Ja... Positionierung... Schickst du da... So, dann mit meinem Goffmork. Ist auch so geil, schau. Hier sind die Einheiten. So, ja. Geh mit dem da rein. Zuerst nach hinten gehen, dann nach vorne. Mhm. Bescheuert. Das geht ja wahrscheinlich nicht. Doch. So, der Le... Dann haben wir's, oder? Ja, und wir kommen da jetzt natürlich nicht in dieses scheiß Elbengebiet rein, weil wir da keinen Heerführer haben. Ne. Das geile ist, der Elb ist auch noch einer. Mhm. Ja, haben wir's, ne? Zack, zack. Ja. Ja, endlich! Zack, zack, zack. Hey, hey, hey. Mach mal Echtzeit, oder? Geilo! Ja, mach ma. Mach ma. Mach ma. Wuchbundes! Das war aber gemein, ich konnte nicht ein einziges Mal mit meinem Bimbo... Doch, jetzt kann ich mit meinem Bimbo kämpfen. Geil. Geil. Ich konnte auch nicht mit meinem kämpfen. Hast du nur noch gar nicht gehabt? Keinem Kampf. Aber hast du, oder? Ich weiß nicht mehr, wo. Ach doch, jetzt hab ich ihn auch voll geil. So ein Luxus, ich hab ihn nämlich auch. Boah, das wird heftig, nur. Geil, heftig, nur. Verlauft euch nicht! Verlauft euch nicht! Jetzt bauen wir mal an, du Wichser. Und gerade noch hier, gell? Oh, der Mensch ist da! Ach Gott, ich kann... Hey, ich hab 112 Ringpunkte. Ich hab 32... Schon gleich da. Oh, mein Dings da! Schrei mal doch. Nein, ich wollte doch da angreifen! Mann, du Bobby! Kannst mich mal... Warum kann der sich nicht hinsetzen? Jetzt ist er schon... Ah, nee, ich glaub das schon... Du sagst, was euch befolgen wird, Arbeiter! Ich weiß, ich weiß! Wir greifen uns an! Wir greifen den Baumeister an! Haltet allen! Ah, Level 2! Der hat mir den Baumeister gerufen gemacht. Oh, was so? Ah ne, das war da unten ein Troll. Das ist deine Schuld! Ich ne, Schuld! Doch! Ich sehe sie! Alle ist Ali schuld. Ali schuld? Ali. Warte, ich überrenne mal... Ich hab' das so geil mal gegen die, den zu überrennen. Bing! Warte, noch mal? Ja, ne, diesmal nicht. Schade! Bing! So, gleich mal verstärken hier! So, er ist weg! Wie geil, wie so ne Pussy! Ah, bumm! Das war aber einfach. Ja. War gar nicht lustig. Wie sie... Der war erst zu nah dran gespawnt, darum hat er keine Chance gehabt. Hab' weggemöbelt. Durchgenudelt! Sie beobachten jetzt das Paarungsverhalten eines Weibchens. Ach, der geht da hin? Echtzeit, Echtzeit, oder? Oh ja! Das machen wir auch Echtzeit. Das müssen wir. Oh! Oh, das wird böse, du! Ja, ne. Oh, das wird schon böse, du! Der hat einen Helden, du! Ja, einen Helden, aber mehr nicht. Ja, und! Hallo, der macht unsere Einheiten noch sowas von weg. Da müssen wir schnell Nachschub produzieren. Ja, aber es ist ne große Karte. Ah, zum Glück, du! Wir verarschen, der rennt die ganze Zeit so hinterher, meiner Kavalerie. Hihihihi! Im Kreis. Wieso? Hä? Ach, ich habe eh was. Cool. Ich hab ja einen Kampftrollen! Ja, dann ist es ja was anderes. Ich hab'n Bersacker. Ich hab'n Kampftrollen. Ich hab'n Kampftrollen. Das ist ja ... Wuhh, 113 Ringpunkte. 33... Was? Wo kriegst du die ganzen Ringpunkte her?! Ja, ich vermute mal, über Helmsklamm... Ich hab' Helmsklamm und Isengard. Die ganzen festen, oder was? Ja, wir geben 10 Ringpunkte. Bleiben wir hier mal zusammen mit unseren einzigen Einheiten, oder? Mhm. Ich möchte auf jeden Fall mal das Gebäude einnehmen. Das kann ich mit dem Bersacker. Ich nehm' einen. Ich hau' einmal drauf und dann nehm' ich's ein. Lass das! Toll, ich kann's nicht einnehmen. Natürlich nicht. Aber hauptsache du kriegst es nicht! Doch. Ich nehm's aber. Ich find's aber lustig. Grabonholdel? Wo? Ach da. Den kannst du ja kaputt machen. Ja, und dann levelst du auf. Griechische Wein... Gott! Grabonholdel! Okay, mach' ich kaputt. B1... No suves! Nen eh! Du hast es ja zuerst zugeschlagen! Rob und trockhaltsch illness! Glaub' nicht irgendeinen H Dogs! Ah, ich weiß nicht. Hab' einen gracias Aus популяр. Ich bin lustig! I, ostat' contact'1cu-See? Ja. A-A�ic-Shell, die Zierstep-Gewindungen,oreverstandsnotтыch신? Ja! Geh' einen Hause, hm? Ja! Du musst dir porchhaltschießen! Den Melmit am Abfallалог. Ja, links oben. Ja, aber ich meine, wo bleibt denn der? Ja, der hat nur einen Held, der machte das nicht. Habt ihr noch nicht sofort an? Nein. Meine Burschi! Was ich gemeint finde, ist mir... Hier gibt's keine Bäume! Buh, 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 buh! Doch, da ist er! Ich bin schon einhalten, Alex. Aber ich habe... Ich möchte es einnehmen, Schalke. Das war so ziemlich eine... ganz, ganz gute Idee. Von ihm? Ja. Ja? Aber er schafft's wahrscheinlich, oder? Nee, natürlich nicht. Äh? Ähm, da... Da bin ich vorsichtig mit dieser Äußerung. Natürlich nicht. Jetzt ständig nicht. Komm schon, ich will Waagreiter. Oder oben ist was. Klick! So, Waagreiter. Fl Cham trick! Oh, Lanzenträger! Das musst Du machen! Doch, ich weiß, ich weiß, wo... Oh, 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 oh. stiffos, hört dorst süß? Ich weiß, ich weiß, wo Holz ist... Aber das ist natürlich wieder vom Elb. Da kommt man nicht hin! Huut? Ja, Ne... Verwüstungen und alles. Ga, we,ahr! Da ist nix für dich. Aber wie die hinterher laufen – und zuhauen. So... Nee, nee...! N convenience! Nee, nee! venues, da kommt immer hinterher twang! Oh, da kommt és innert! Ja, da ist der Held! Voilà istof... Okay, wieder auf meine Gefolge, das ist mein Wichser. Und auf deinen Baumeister. Alter, du Wichser! Du bist mein Baumeister in Ruhe. Oh, er lebt noch, er lebt noch, du. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Ja, er lebt noch. Wartet, den überreit ich. Oh, der lebt gerade noch. Der Baumeister. Boah, guck mal alle auf einem Knotz, gell? Wie sie alle so umgewälzt wurden. Da muss man aufpassen, nicht, dass man die Einheiten auf den Schlachthof kickt. Weißt du, das ist die ganze Einheit weg. Nein! Weil der Schlachthof kann ja, da kannst du die Einheit reinstecken. Ja, ja. Also, da, 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 wo ist meine ganze Armee hin? Aber Rohstoffe habe ich viele. Sag mal, wieso will die jetzt auf einmal noch meine... Ja gut, ist klar, dass der noch rauf gehen will eigentlich. Oh, kleines Drecks für das Stück, ey. Jetzt lass halt mal meinen Troll in Aktion. Oh, Mann! Was machen die denn? Weiß ich nicht! Ja, jetzt hat er zwei weggehauen. Das ist ja besonders effizient. Warte, die mach ich. Nein, das ist nicht. Doch, kommst du gar nicht hinterher. I... Oh, der ist schon... Ja, der ist anscheinend doch da oben. Oh, die Rüstkammer wurde erweitert. Oh, die Rüstkammer wurde erweitert. Das ist so süß mit den Bogenschützen, gell? So, oh, mhm. Kratz, kratz, kratz. Das ist so, die noch verstärkt sind. Nein, dennt die noch verstärkt sind. Nee, sich in den bet presenceieren. Schau schon. Oho hoントch разбiren sich, die r�rehen. Was ist dann bei einem Tor? melee herzlichsteig das von Lans- situations. Ja mu structurliff? Es ist nur noch amber. Bimanne aus humans. Nerviziarell ist unser Bestandkarte customers. Mein Wark hat Wunder! Durch Wurzeln! Aufwachen! Schau mal, bei Kampftroll steht da genau richtig. So, ja, wo die rauskommen, gell? Genau, wo die rauskommen. Wups! Und da fliegen sie auch schon weg, die Lanzenträger, wenn sie ihn angreifen. Nice, da kommen gerade welche raus und weg. Vor allem, ich glaube, es fallen auch noch Lanzenträger, die rausgekommen sind. Dann stelle ich mich wieder direkt davor, ne? Moment, Moment, die mal nehme ich, die bereite ich. Komm, komm, schlagst du weg! Yes! Nein! Weg mit dem Gebäude! Ja, da stehst du gut, ja. Schlappt euch nicht! Ja, halbwegs, würde ich sagen. Ich hab schon Feuerpfeile. Ich hab leider keine Rüstung mehr... Das hätte ich niemals geschafft. Ich hab keine Rüstung mehr entwickeln können, weil... Rohstoffe. Ja, jetzt hat er was gesagt, ich hab genug. Ja, der ist mir wahrscheinlich wieder nicht gegönnt. Nee, extra nicht! Und zwar einen zu wenig! Genau. Zu ein Wichser bin ich. Die behalte ich jetzt, das überstehle ich auch alle. Ich kann's mir leisten. So, jetzt haben wir da noch ein Kämpfchen. Oh, das schaffst du schon. Hier abends... Ja! Das dürfte ich auch kämen. Gegen Theoden mit meiner ganzen... Armee! Jo! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du... Mh, mh, mh. Wie bei dem ist hier unkluppertrag, ja? Wenn Cesar sagt, wir sollen marschieren gehen, naja... Wenn Cesar sagt, wir sollen marschieren gehen, ja, ist so geil. Nee, genau, nach Hause, das war's. Wenn Cesar sagt, wir sollen nach Hause gehen... Weil es ist so ätzend, den jetzt einzufangen. Ja, das ist kein Problem. Ja, jetzt schauen wir mal. Du musst bloß zumachen, überall. Ja, genau. Es ist nur noch der eine, oder? Ja. Okay, dann machen wir's ganz einfach. Du schickst ja schon überall jemanden hin. Ja, ja, ich schick jetzt an jedes Eck, an jedes Eck kommt irgendwas hin. Genau, und dann greife ich den mit dem an. Den schick ich da rein. Und den schick ich da. Ja, äh, jetzt ist der aber bei sowas voll gefickt, ey. Ja. Oh, gut. Fertig. Komm, lass's gut sein. Sonst wird der Part so lang. Ja, ist gut. Ich dachte, er wollte bei mir rein. So was von niedergeknüppelt, ey. Hey, ja. Ja. Was machen wir mal? Automatisch. Ehe zu spät, weil ich hab auf automatisch geklickt. Ach, der hat sich zurückgezogen. Feigling. Dann hab ich da hinten auch noch am Auto. Wohin hat sich der zurückgezogen? Gar nicht, der verschwindet dann. Ja, ja. Ich wollte euch grad sagen, irgendwohin... Das ist doch die Elbe, oder? Da ist der Mensch jetzt weg. Ah, genau. Ihr fährst uns weg. Jetzt alles da rüber. Ja. Und es geht auch noch alles da rein. Ja. Und zack. Zack. Und... Komm, lass's gut sein. Nein! Doch! Zieh dich unnötig in die Länge! Ja. Du bist doch nicht schlimm. Du bist doch nicht schlimm. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Oh, ich hoffe, dass ich das schaffe. Ja, aber eigentlich schon. Ja, easy! Warum ist es weg? Und jetzt... Jetzt aber, du! Womit mit deinem... Mit dem Sharko musst du leider nicht rein. Da warten wir jetzt extra noch noch rein, oder? Ja, toll. Das ist hart unnötig. Ja, dann warten wir da. Ja, dann warten wir, oder? Dann schicken wir alles da rein, oder? Mhm. Warte, 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 warte. Die schick ich jetzt nicht. Jetzt komm, lass's gut sein! Nein! Doch! Das, wie viel geht denn in das Land rein? Das ist ja krass. Ja, krass geil. So, jetzt komm! Es ist nur eingeschissenes Land. Ja, und? Zack! So, fertig! Ja, Mann, du Arsch! Du bist so ein Wichser! Das war jetzt in Echtzeit! Äh, 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 ne. Du kannst nicht Echtzeit, du Affe. So. Weil das auch so wichtig ist. Ja, jetzt wird deinem Erster nämlich zu verstört. Ja, genau. Weil da auch nix drinsteht. Ich hab zwei Einheiten verloren. Ach du Scheiße. Es ist eigentlich doch dein Erster, der wird vernichtet! Ne, 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 da war ja genug drin! Bumm! Bummst! Alter! Voll der Flickenteppich! Okay, also das... Also das Historische war schon schwerer, aber davon haben wir leider keine Aufnahmen mehr, weil die kaputt ist. Weil du sie kaputt gemacht hast, Mutti Mutti! Ja! Schaut so geil aus, der Kerl, ey! Beim dritten Part ist kaputt, ja. Beim dritten Part ist kaputt gegangen. Aber wir haben definitiv dominiert, das hier. Ne, he, dominiert! Ja. Da ist schon... Also mit dem Historischen ist man schon definitiv ein Nachteil, der Spurser. Hm. Sowieso. Schau mal, wie viel Festung ich gebaut hab! Ratatatatatat! Das ist lustig. Ja! Ja, dann, ne! Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder! Hoffentlich, ne! Bis zum nächsten Mal, adios! Tschüss! Tschüss! Kommt jetzt!